Du kennst die Situation. Auf der Arbeit oder im Freundeskreis. Vielleicht kriegst du kaum ein Wort heraus. Vielleicht musst du sie ständig anschauen und egal was du tust, die Welt wird dich dabei beobachten. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Das ist nicht angenehm. Es muss uns keiner sagen, dass wir selbstbewusster werden müssen oder einfach lockerer sein sollen. Wir würden das ja gerne. Mein Name ist Andy Friday und ich zeige dir, wie sich schöne und intelligente Frauen in dich verlieben, wie du mehr Erfahrungen sammelst und entlang der Reise die richtige findest. Und zwar ohne ein Arsch zu sein. Es ist dir bestimmt schon mal aufgefallen, wenn wir uns nervös fühlen, dann merken das Frauen. Wir können quasi machen, was wir wollen. Es ist eh zum Scheitern verurteilt. Warum verabschieden sich Frauen aus unserer Nähe, wenn wir uns nervös fühlen? Die Antwort ist das Gesetz der Gefühlsübertragung. Dieses Gesetz beschreibt eine ganz bestimmte Dynamik, die unser aller Leben beherrscht. Jedes Mal, wenn wir uns in einem sozialen Kontext bewegen, haben wir einen gewissen Gefühlszustand. Dieser kann selbstbewusst sein, freundlich, ängstlich, angespannt und es gibt immer einen Menschen, der seinen Gefühlszustand am stärksten fühlt. Und dieser Gefühlszustand von dieser Person überträgt sich auf alle anderen Anwesenden. Sie bekommen einen Vorgeschmack darauf, wie es sich wohl anfühlen würde, dieselben Emotionen zu verspüren. Das haben Männer und Frauen gleichermaßen. Wir sind auch nicht gerne in der Nähe von einem anderen erwachsenen Menschen, der nervös hin und her schaut oder gerade Angst verspürt. Wie wir uns fühlen, lässt sich sehen und überträgt sich auf unser Gegenüber. Nehmen wir an, du stehst neben ihr und du möchtest, dass sie sich an deiner Seite wohl fühlt. Dann müssen wir im Grunde genommen gar keine Knöpfe bei ihr drücken, sondern dürfen uns selber entspannen. Diese Unabhängigkeit, wenn wir als allererstes an uns selber denken, die ist in der Tat attraktiv, weil diese guten Gefühle so ansteckend sind. Was ich also nach Jahren, mich vor jeder Frau wie der letzte Depp zu fühlen, gemacht habe, ist, ich habe mehr darauf geachtet, dass es mir gut geht. Ich habe zum Beispiel über die Themen geredet, die mich interessieren. Ich habe sie danach gefragt, was mich interessiert, anstatt irgendetwas in ihre Wünsche hineinzuinterpretieren. Und das sind durchaus solche nerdigen Themen wie Astronomie, Philosophie oder der sexuellen Kommunikation zwischen Mann und Frau. Aber das sind nur meine persönlichen Interessen. Wenn du Themen hast, die dich interessieren, dann begeistere sie und locker sie mit deiner Begeisterung und Lockerheit für diese Themen auf. Die ersten Worte, die Elon Musk laut seiner Biografie seiner Ex-Frau gesagt haben soll, waren, denkst du eigentlich jemals an elektrische Autos? Und wenn du daran denkst, wie es wäre sie zu küssen, während du mit ihr redest, dann wird sie dieses Gefühl der sexuellen Spannung ebenfalls spüren. Wenn du also sexuelle Spannung initiieren willst, dann schau ihr in die Augen und stell dir vor, was du alles mit ihr anstellen würdest. Und dabei kannst du durchaus über ein ganz anderes Thema reden. Und natürlich braucht das Übung. Es ist auch okay, wenn du gar nicht viel zu sagen hast. Es ist okay, wenn du lieber zuhörst oder dich über tiefgründige Themen unterhältst. Schöne und intelligente Frauen wollen nicht den extrovertierten Alpha, den Macho oder den Arsch. Es gibt viele Frauen, die sapiosexuell sind und auf Männer mit Tiefe stehen. Wir machen das seit Jahren professionell und helfen dir dabei, selbstbewusster und souveräner im Umgang mit Frauen zu werden. Denn Frauen brauchen mehr Männer mit Herz. Tiefe Gespräche, Führung übernommen, Körperkontakt zum Kuss angesetzt und so weiter. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Das hätte ich vor längerer Zeit noch nicht gedacht. Also unglaublich. Ja, ich bin auch so aufgekratzt. Ich weiß nicht, ob ich heute Nacht überhaupt schlafen werde, aber das ist heute wirklich meiner Meinung nach ein Meilenstein in meiner Entwicklung. Also fast wie, ich würde sagen, Wiedergeburt oder Neugeboren heute. Das ist unglaublich, Männer. Und wenn du meine Hilfe in Anspruch nehmen möchtest und von mir und meinem Team persönlich gecoacht werden willst, dann bewirb dich aufs kostenlose Erstgespräch mit dem Link, der jetzt aufgepoppt ist.